Willkommen meine Freunde zurück zu Minecraft Osaka Und heute werde ich mal ausnahmsweise mal in dieses Höhchen gehen, in die Höhle Um mir dort ein bisschen Kohle zu holen, um alles zu brutzeln und zu braten Ich hab kein Essen mehr, was leider zu schlecht ist Hab ich da vielleicht noch Essen drin? Nein, da ist noch was zu essen drin Ja, gebratenes Kaninchen, sehr geil Hier ist auch nichts mehr drin, da ist 18 Weizen drin, da könnte ich mir ein paar Brote machen von Sechs Brote, um genau zu sein, das reicht doch erstmal Wir werden jetzt erstmal runter in die Höhle gehen Um ein bisschen Kohle zu besorgen Ja, das ist ganz wichtig, Kohle und so weiter und ein paar Rohstoffe noch Die man braucht Ja, diese Höhle ist schön, schön breit, schön groß, schön hoch Hm, zwei Steine Vielleicht mit Steinen Gott, haben die weit gebaut Die sind auch noch mal reingegangen in die Höhlen Aber ich werde weiter gerade ausgehen Da geht's nochmal weiter runter, du Scheiße Nee, da geht's nicht rein Zittenloch Da ist Kohle Ist Kohle Das Probier's mal aus Woher nicht so viel Kohle Ich weiß ja, was er mitnehmen soll Äh, das auch, ja Okay, das bringt nichts Es steht dann Amba aus dem Gottesnamen Ist überall Eisen, Alter So Leute wie Hovercrush das alles liegen lassen Pff, das wundert mich, ehrlich gesagt Nehmen wir sonst immer alles mit In den Nibel Nein, ich frag den Ambas Was, ich kann ihm mit den Ambas rüberspringen Ich kann so einen Höhlen Gang hier reingucken Ich weiß nicht, wer das alles gemacht hat Ich würde sagen, Hovercrafter hat das gemacht Das ganze Eisen ist einfach mit Okay, sowas sind wir gebrochen mal Inventar ist schön leer Das heißt, ich kann alles mitnehmen, was ich brauche Ich kann mal vielleicht Musik anmachen Es ist ja sonst ein bisschen trist und fade Nein, machen wir auf 56 Scheiß Treiber Ich kann die zwar nicht sehen, aber ich sehe sie Und die nerven mich immer Ah, da ist Kohle Schön Sehr fein Kohle brauche ich immer Das ist was, was ich jetzt immer brauche Ich muss mal gerade hier auch hochbauen Mal gucken, ob da irgendwie Da kommt nichts runter Perfekt Du kannst ja nicht, dass da irgendwie Lava ist Und dann brenne ich Und dann sterbe ich Und dann sind alle mein 31 Level weg Das will ich nicht Oh ja Wäre schon scheiße, ne Dass jetzt hier irgendwie Lava runterkommt Ich habe auch kein Wasser dabei, blöderweise Wie viel Eisen, gott Verdammtes Eisen ist denn hier Fast ein Stack, man Halbes Deck habe ich schon Es gibt auch die andere Seite, wo auch noch Eisen drin ist Ich weiß nicht, seht ihr überhaupt was gerade? Alter Alter Schwede Verdammtes Eisen, es hier gibt Ist doch nicht mehr normal Alter Muss man die Spitzack unbedingt effizient zieren Ist auch Nenmark Verbesser Muss man neu machen und dann Wie schön reinhauen mit Level Über ein Stack, alter Wieder mal Sonnig Unmöglich Ja, wie gehört Hab ich immer noch keine Musik Ich hab die gerade angemacht Um ein bisschen zu vertuschen Dass ich keine habe Ähm Ich werd mir die nächste Welche raussuchen Wir haben es mittlerweile wieder 10 von 9 Ähm An einem Mittwochmorgen Und Aus dem Grund Ich hab's heute morgen nicht geschafft Noch Musik rauszusuchen Boah Leute, langsam reicht's aber mit Eisen hier, ne Ist doch unmöglich Wie viel Eisen es hier gibt Ist doch nicht immer 10 Meter, die ich hier reinbaue Da immer noch was So, das war's da jetzt Geht das letzte Eisen Und jetzt bin ich fertig Das war alles Eisen hier Ich hab jetzt Zwei Stacks Eisen Ne, ich brauch kein Eisen mehr Habt man jetzt genug gerade Auch nie denn hier Ah Gott, ne Scheiße Da ist noch ein Eisen Sind noch drei Eisen gewesen Na, ich kann nicht mehr sprinten Mal ein bisschen Barot essen Ich kann jetzt zurückgehen In diese Hülle hier rein Weil ich hab immer noch zu wenig Kohle Um mir irgendwas zu machen Leider Ist das so Das ist Tonnen von Eisen Boah, the fuck Das sind Skelette, das hör ich Da ist Lava Das hab ich gesehen Hier war ich schon tausendmal in der Hülle drin, ne So ist es nicht, dass ich mich hier drin nicht auskann mittlerweile Ähm, glaube ich, 10 Milliarden Mal da drin Ich hab jetzt keine Kohle mehr Die haben alles Kohle ausgefarmt Die dummen Leute Da ist die Bude vom Christian Hier ist obsidian Das brauch ich für meinen Einen eigenen Einen Einen Verzauberungs-Tisch Gott, boah, das lange Warte mal, ich muss mal gerade googeln Ne, ich muss mal gerade suchen Hier craft Und ähm Verzauber Verzaubern Verzauberung Verzauberung Ich will den Treibere Verzauberung 富än Verzauberung Verzauberung 了 Von Boden Oh, ich brauche vier Obsidian, zwei Diamanten und ein Buch. Wie macht man nochmal ein Buch? Leder und Papier. Scheiße. Alles klar, ich brauche vier Obsidian. Bin gerade bei einem Obsidian. Zwei. Drei. Gott. Ist ja unmöglich, wie viel Lava hier rum schwirrt auf dem Level hier. Ah, schön, vier. Mehr brauche ich nicht. Ich werde jetzt auch hier rausgehen eigentlich. Was ist das denn hier? Wo muss ich jetzt hin? Oh, ich Idiot. Oh Gott. Kann man nicht essen? Ja, ich kann es nicht essen. Oh, ich bin Hunger mehr. Noch eins höher. Beim Himmel nehmen wir. Wie viel ist das denn noch? Das Geräusche, das der Steigerheld immer. Tief mir so lustig an. Büüüb. Einfach mal in das Haus von dem Reinen. Schick ins Haus heute. Ah, hat sie nicht gelockt. Das ist vielleicht nicht über den Neuste Und hier oben dann raus Kommt man denn ins Wasser denn da unten? Ja, perfekt Sehr schön Hunde Hals Sehr schöner Name für einen Hund Äh, für einen Pferd So, ich muss wieder zurück Zu meinem Häuschlein gehen Aber wie mache ich das am besten? Idiot Hat gerade ein Hund in den Ei gelegt So, hier das Abbau noch Und so Scheiß So Jetzt die scheiß Wege Was ist denn hier das eigentlich? Ja, auch sehr interessant aus Muss ich lassen Das ist doch nicht hier normal mehr, oder? Hier ist der World Border Was bauen sie denn da hinten? Oh, das ist noch der Hafen, ne? Sehr geil hier Ich Idiot Nein Die haben jetzt einen Leuchtturm gebaut Ich glaube, der war da Letztes Mal da war noch nicht So, letztes Brötchen habe ich noch übrig Leuchtturm Ungelockt Na dann Alles klar Zurück zu meiner Bude Ich glaube, ich weiß noch, wie es zurückgeht hier Ich hoffe Ja, da Es ist doch nicht schwer Hier geht es zurück Ich darf einfach außen rumlaufen können, aber auch egal Da sind noch Kisten von mir mit allen erdenklichen Sachen drinnen Drinnen Kein Essen mehr Ich brauche noch Essen Kein Essen mehr Nichts mehr drinnen Das sind da sieben Äpfel Wieso habe ich denn die da drinnen gelassen? Nachher nicht in die wertvolle Kiste So Back in game So Wieso verbrennt der nicht? Beste Geräusche, Freundchen Das ist mir jetzt gedroppt Nichts, das ist mir eine Erfahrung gegeben So, alles klar Dann wollen wir jetzt mal nachgucken Nach meinem schönen Ziegeln So, genau 64 Das ist schön Ich halte mir das Eisennetz da oben rein Und da noch zwei Stück rein Da noch zwei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Meine ich natürlich Das Eisennetz da rein Die zehn da rein Und dann zwei davon An die Decke kommt ein Glouceton Und dann das andere Glouceton Damit da ein bisschen Licht hier drin herrscht Oh, das war ein Bug Alles klar Und jetzt müssen wir jetzt die Ziegelsteine machen Wie macht man die? So oder so? Ach, hey Gott Ne, müssen wir mal kurz gucken Mine, Craft Ziegelstein Ja, für nur um vier Einrad Genau, so Ja, genau 16 Chip komme ich da raus Ach, wir mal 12, das reicht erstmal Äh, 10 11 Scheiße, reicht doch nicht Mir fehlen noch genau zwei Stück So, genau zwei Stück sind's So, perfekt Jetzt muss hier nach außenrum natürlich Die beiden Fahnen hin Außendran die eine Fahne Und dann die andere Fahne Und jetzt müssen wir noch hier unten Da noch natürlich noch ein Objekt Glouceton Und dann noch ein Glouceton hin So, jetzt brauchen wir zwei Türen Und dann ist das Haus endlich komplett Die Türen sind natürlich hier drinnen Und zwar auch genau zwei Stückchen Weiß nicht, können wir das auch machen Ich mach mal Slash Lock So Slash Lock Oh, nicht in Cap Lock Slash Lock Nein, Idiot Und jetzt muss ich das auch noch Slash Lock machen Perfekt Beide Fahnen sind gelockt jetzt Ich brauch nur zwei Ziegelsteine Ist mir aufgefallen Ach, eigentlich die Musik fängt an Da für hier oben und da oben Ah, das ist immer schön Dass es immer zwei auf einmal sind Hier muss ich den die Tür machen Das hab ich gerade total vergessen Jetzt die Tür müssen so zu mir gucken Alles klar Ich kann den nochmal schnell abbauen gerade So gucken, ob das richtig war Ja, natürlich Nein, gar nicht Bin verwirrt Wenn die Türen jetzt so sind Okay, ja, doch, war richtig Also so und so Slash Lock Und Slash Lock Perfekt Man, Steierjag Unbedingt mal Schaffe Jetzt bin ich mir endlich Boah, ist die Musik laut Ja, super Da werde ich immer ein bisschen erdelos gerade mal schnell Musik ist immer noch verdammt laut Unglaublich wie laut die Musik ist Unglaublich wie laut die Musik ist Unglaublich wie laut die Musik ist Und so Erde hier drinne Da sind zwei Das 19 Das 45 So So Und so 2 Sticks Erde, das sollte reichen, also Spuren beseitigen, dann reicht das auch, 2 Nebenleben 19 Erde, so, da unten sehen wir noch 2, dann paar, weiter bauen, bis ich als Spin ankomme, so, perfekt, dann, das Eisen ist fertig, das Eisen ist fertig, das Eisen ist fertig, muss ich nochmal schnell eine wertvolle Kiste anlegen, richtig wertvolle Kiste, nicht so eine trash wertvolle Kiste, so, hier wieder eine rum, und noch eine dritte rum, weil die ja wertvoll ist, muss sie groß sein, und die kommt wohin, die kommt am besten auf die Seite hier, hier ist meine wertvolle Seite so ein bisschen, alles klar, das ist halbwegs wertvoll, das muss hier rein, das sagt Obsidian D4, so, alles klar, jetzt muss alles, was wertvoll ist, also, das hier, 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 das und das, kommt auch noch rein, ja, die Steine aus der wertvolle sind, oh ne, das war Essen, das ist Maragde, was ganz gut ist, das kommt da rein, Kohle ist wertvoll, so, perfekt, ähm, noch etwas wertvolles hier drin, Eisenschwer, das kann auch mal da rein, und das war's, der Nether, okay, dieses, ne, Seelensand, und so weiter, das, 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 genau, da rein, äh, den Ton nicht. Wenn ich euch die Folge einigermaßen gefallen habe, würde ich mich freuen, wenn ihr das Däumchen nach oben dirken würdet, lasst doch ein Abo da unten, Kommentar, wenn es euch gefallen hat, oder wenn ihr ein Verbesserungsvorstück habt, oder was ich jetzt jetzt des Craften soll, oder was ich jetzt bauen soll, und weiter und so fort, einfach mal was in den Comments lassen, aber wenn es gefallen hat, wie gesagt, Däumchen nach oben, lasst ein Abo da, ciao, bis zum nächsten Mal.